Hallo und herzlich willkommen zur 399,5. Folge Star Wars Battlefront 2. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, nicht die Folge 400. Ich hatte einfach die Tage zu viel um die Ohren. Ich war auf dem Rezertifizierungslehrgang für meinen Notfallsanitäter. Der hat drei Tage gedauert und dann war ein Prüfungstag und ja, habe ich mit Erfolg, Gott sei Dank, absolviert. Und darf jetzt weiterarbeiten, was ich auch hätte tun dürfen, wenn ich nicht bestanden hätte. Aber egal, das ist alles noch so in der Findungsphase mit diesen Notfallsanitätern hier in Deutschland. Ist auf jeden Fall sehr interessant. So, gut, keine 400. Folge heute, weil, wie gesagt, ich war auf dem Lehrgang, hatte keine Zeit, konnte auch nichts vorbereiten. Will ganz gemütlich nur für morgen schon mal eine Runde aufnehmen. Bei mir ist nämlich gerade Donnerstag, 18.41 Uhr und wie gesagt, ich bin einfach nur gerade im Arsch und kaputt. Und freue mich, dass ich diese Woche hinter mir habe. Freitag, Samstag, Freisontag arbeiten. Okay, es geht aber PP. Das quatsche ich euch überhaupt voll, ne? Ihr wollt Gameplay, ihr kriegt Gameplay. So, gut. Zack, 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 zack. Was ich mir für die 400. Folge vorgenommen habe, ich weiß gar nicht. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Soll es ein Stream werden? Wann und wie soll ich den machen? Und da sollte der dann in kürzester Zeit auftauchen. Das ist das Problem. Momentan, wie gesagt, ist einfach Zeit, ne? Dass mein absolut größter Feind... Ich habe jetzt zwei Tage nichts geschafft. Wie gesagt, Leergang, ne? Ich bin morgens hingefahren und bis nachmittags späten nach Hause gekommen. Da wollte ich dann ein bisschen was aufnehmen. Einmal habe ich es auch geschafft. Aber meistens war ich so müde, dass ihr dich hier nicht so hinsetzen willst am Rechner jetzt nach so einem ganzen Lehrgangstag. Ich wollte gerade Schultag sagen. Ach, kann man ja auch sagen, ne? Dass man da einfach keine Motivation gefunden hat. Zwei Tage hält man ja auch locker aus. Gut. Bei Tombi könnt ihr mal wieder reingucken. Der hat ein Update-Video gemacht, was am 28., 27., 23., ich weiß nicht genau das Datum dazukommen wird. Das sind zwei neue Klassen. Nicht vollstrecker. Die haben andere Namen. Wie gesagt, guckt euch das bei Tombi an. Sehr geil. Und ein neuer Spielmodus, der mich auch saumäßig interessiert. Aber da gibt es noch keine richtigen Infos zu. Wir sind auf Naboo, ne? Da nehme ich jetzt mal einen Schnipper. Und, ähm, ja, das wird auch äußerst spannend werden. Also, die Entwickler hören nicht auf, neue Sachen reinzuhauen. Ist sogar noch ein Platz frei, ne? Wenn man sich das mal ansieht. War der früher auch frei? War ja immer schon ein Loch. Ich weiß nicht. Wir haben auf jeden Fall schon einen Batzen, ne? Zehn Stück, ey, irre. Gut. Ähm, kämpfe ein bisschen auf Naboo. Ich muss auch gleich ein bisschen aus dem Couch. Müde, müde, müde. Und ich zoome direkt. Durch die Zivilisten. Durch, ey. Voll hart. Wer macht denn da ein Schild hin? Der behindert seine Leute und uns. Und uns. Das ist nicht so ein Talent, Mann. Okay. Wir haben 207 Startpoints gemacht. Okay, perfekt. So. Immer noch gewöhne ich mich an dieser blöden Rolle. Mann, ich habe schon wieder vergessen. Anstatt zu ballern, erstmal einen Scan mit den Fotos. Vorrat. Nein, ähm, bin ein bisschen dusselig heute, ne? Das bin ich ja nicht heute, bin ich ja immer. Du bist tot. Was hat denn? Oh, komisch aus. So. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Wochenende. Boah, Alter. Oh, diese Disruptoren funktionieren wirklich. Mein Gott, mir ist immer lange geländet. Ach, dieses stinkende Scheißschild. Erstmal ein kleines Siegesbieralkohol frei. Ähm, trinken. Ähm, wie gesagt, bei euch ist es 12 Uhr. Bei mir ist es aber nicht 12 Uhr. Also. Immer schön auf die Rübe. Jetzt kommt eine dumme Entity. Nimm dies, ihr Schurken. Ah, ich dachte, ich lasse die mit ab. So, gut. Der da will ballern, sehe ich schon. Mal schön auf den Kopf. Ja, der Offizier ist dabei. Erkennt man das halt so schwer, weil die jetzt ja so aussehen. Du hast ja gedacht, dass du mich treffen kannst. Du hast dich total geirrt. Mein Gott, keiner stirbt. Alle sterben. Also, ich sterbe immer, aber sie niemals. Oh, ich hab mich so satt. Ach. Hat mich ja wacker, ne? Das ist mein MTD. Das ist meine Mama. So. Ich glaube, der Eier ist schon davon. Okay. Ich hab mich noch gerade gesehen. Mann. Könnte nicht mal einer angehendert sein. Au, Flieger. Gut. Und ein paar Pünktchen gemacht. Das ist schon mal was Feiniges. Ist auch keine Seite, wo ich jetzt unbedingt einen Held haben will. Könnte aber vielleicht mal eine kleine Runde fliehen. Rache ist Leberwurst. Roboter Leberwurst. Schmeckt nicht gut. Sieht gut aus. Oh Gott. Ich hab mich aber pulverisiert. Wie unfair. Gut, ich will keine Fliegerei mehr. Ich will kämpfen. Auf offener Straße. Ich salutiere. Boah. Ziel, Herrmann. Die Union, Welt, durch dringende Transporter. Hehehe. Ich salutiere. Was war denn der denn hier? Ist doch... Ist doch keiner von der Sagen. Verbündeter der Republik trifft ein großes Problem. Ziel. Es ist, es ist, es ist. Da kommt wer. Oh. Oh, das war eine Rolle auszusehen wie meine doofen neue Maus. Ich weiß nicht, wer so neu ist. Da läuft irgendwo ein Ubi rum. Boah, überlebt. Boah, überlebt. Gibt es sowas, was man überleben darf? Äh, überleben darf. Erleben darf. Boah. Tötet sie alle, die ich scanne. Bitte. Meine liebsten Roboterfreunde. Gute Laune, ne? Mehr Herz. Händste Läger vorbei. Hey, nee. Nein, das ist, ist einfach ein geiles Gewehr, muss man so sagen. Ich habe viel zu lange nicht gespielt. Oh, das war mit ihm eine Blume. Viele Lüter. So, geht ein Problem. Schön, Tim. Super Trooper schön. Wo bin ich hier? Schnell ausnutzen. Boah, 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 boah. Ah, diese Rolle, ne? Ah, ich habe mich schon sehr dolle rumgewöhnt. Jetzt mit den, mit den Drehen hier und eine Rolle machen. Also es klappt schon wesentlich besser. Was ist das, Maul? Ah, das wäre Anakin, ne? Das heißt, das aussieht, dass man mich da schon gefunden hat. Borski, die alte Bupf. Okay. erfolgreich so machen wir doch unser erst ein pünktchen unsterblich bosch wird sowieso hierbleiben heftig im renten schon wieder er kann mich glaub ich schon nicht mehr leiden das habe ich noch nicht oft mitgekriegt aber sauber was soll los ey wenn ich so kaputt und müde bin bin ich eigentlich mal ein besserer spieler ich sollte viel öfter kaputt und müde zocken das ist unser das ist unser freund es ist gilt als kill so ich habe dich gerettet freund keine angst ich habe doch schon im griff hier so die maus ist ganz cool bis auf diese beiden komischen knöpfe direkt an den mittel und zeigefinger ein bisschen irritierend boah wow gelb der schaffer dicker spielerbeschädig das da drinnen spielerbeschäden servaners sehr fies das ist ein arsch hat Angst vor mir gehabt witzig ich weiß würde ich auch wollen der einzige der auf den titel schiebt und der hasst mich jetzt da hast mich richtig hat das war uns schon zwei jedes um den team zu stoppen hier zwei team ist um ein team zu stoppen nicht schlecht maximal ans am spiel wird jetzt schon hält nehmen wir auch nicht so schön zuerst so die innenphase die es gleich eingeleitet wird aber gut punkte gemacht mal spielen ja Ne, Boba will ihn nicht. Boah, 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 boah. Viel zu viel. Ich wisiere jetzt den Pass an. Schreit. Aber die haben doch schon ganz schön gut eingeheizt. Und der glaubt, ich hab den nicht gesehen, ne? Phase 2, dürfe ich überhaupt hier rumrennen? Was? Hat der so ne Angst gehabt, dass er sich auslackt? Wie schnell kann man sich denn aussuchen? Da musst du doch einen Hotkey für haben, oder? Ach, ich weiß was. Der war ja in der Zone, wo der nicht rein durfte. Und dann war der tot. Der hat sich doch selber kaputt gedacht darüber, oder? Geil, das kommt in die blödeste Phase überhaupt. Mit ihm kannst du jetzt hier nicht so ordentlich was reißen. Nehmt euch in Acht. Oh, man. Fast down, ja? Oh, der haut ja nur einen raus am Ende und trifft nochmal. Das ist voll ätzend manchmal, ne? Ah, der kann ja nicht locken. Blödsinn. Ah! Aber was hab ich auch für ne Schnitte gegen den, ne? Null. Komm, komm Baby. Ich will scannen. Auf jeden Fall scannen. Scannen ist auf jeden Fall hier der Luxus. Ich hab Punkte. Entschuldigung. Oh, mein Kumpi. Das Chaos tut mir leid. Kann mir jemand Offizier boosten? Ah, mir ist wieder am Knopf gekommen. Oh, das war doch ein Halungenangriff hier. Gibt's doch gar nicht. Was kostet denn hier viel einhalb, was ich nicht kriege? Äh, egal. Punkte müssen kommen. Ist doch gar nicht. Boah, boah! Fliegt ein Hubschrauber über mein Fenster hier. Hallo, Hubschrauber. Hörte das? Zugriff auf Steuerung der Westtür. Äh, kann doch nicht unendlich lange jetzt im Kampf sein. Ne, kann auch nicht. Türen in Soren. Ich bin. Also, wir sind drin. Vorsitzender, so. Seltsam. Obi-Wan Kenobi. Oder Anakin Skyblocker. Keine Verlängerung? War keiner dran? Schade. War so eine geile Runde. Operation ist gescheitert. Ich kann mal woher nur noch ein Ziel einnehmen. Dann hatten wir es schon geschafft, oder? Und habe ich ein Plätzchen gekriegt? Ich war doch gut. Nix, Alter. Gar kein Plätzchen. Ich fand das Geld wieder richtig gut. Eine Fortschatz-Auflage auf Facebook wieder, sehe ich gerade. Wieder so ein super Topmodel. Naja. Diese Fake-Account-Scheiße, ne? Okay, weiter geht's. Galaktische Angriff wird gesucht. Wo landen wir denn? Naboo? Nochmal wäre doof. Oh, guck mal hier. In einer Runde, okay. Das muss ich echt mal anstreben als Ziel, ne? Oh, komm. So toll war es nicht. Wir haben aber 28 zu 9. Also das kann man doch gelten lassen als gut. So. Katschig. Oh, komm. So, wer bin ich denn? Auch mal schon wieder auf der Seite. Das ist doch... Was ist das für eine Rotation? Immer wieder auf der Seite der Bösen. Bösen. Der Jans Bösen. Da, da, da. Er ist schon die Stufe 9, immerhin, ne? Ach, das muss ich mir genau durchlesen. Der wird bald 35, der hat bald letzte Level erreicht. Das dauert aber noch. Die werde ich auf jeden Fall Helden vs. Schurken leveln. Und zwar, wenn wieder Event ist, wenn die Helden wieder Triple XP bekommen. Ich glaube, das ist sogar diesen Freitmorgen. Heute ist der Donnerstag schon. Die heutige glorreiche Strategie bringt uns die Erroberung von Kaschig. Unsere Flunde greifen aus dem Auberland. Und die Bodentruppen verliefern den Start feindlicher Schiffe. Das ist eure Aufgabe. MTT-E-Eskorte zu renomlikanischem Kreuzer. Beschützt den Multitruppen-Transporter vor Klonsoldaten mit Ionen-Distruktoren. Das sind Klonsoldaten mit Ionen-Distruktoren. Endüberhitzt. Weiß ich mal. Ist da sofort schon so ein Ding rum? Nix. Keine Hektik. Ist ja nicht so, dass ich Punkt haben will. Warum auch immer. Der Ding geholt. Und es ist auch nicht dauerhaft zu sehen. Oh, nee, was ist es? Das ist ja Wann-Salle der Stellung. Hä? Das ist aber nichts. Komische Sounds, ne? Ohne lala. Man muss ja immer in Bewegung bleiben und gleichzeitig noch einen Gegner finden. Das ist nicht so einfach. Er sieht, wenn der Hitze wird, meine Waffe sofort auf Null wieder ist. Dann ist das ein Headshot. Und er könnte auch ange... Heldhitter gewesen sein, aber man... Und er ist bei Kontrollpunkt 1. Ab jetzt ist mit erhütendem Widerstand zu rechnen. Oh, oh. Ein neuer Feind ist eingetroffen. Ich wohl. Ich wohl. Hä? Wie schnell kann man das aktivieren? Hallo? Unmöglich. So schnell. Hat er den... Hat er den... Das geht gar nicht, Alter. Das ist voll doof. Was hat er denn da? Ja komm, stopp weg. Mach's gut, Granate. Spawn bei dir. Bin ich denn hier? Was für eine... Für eine Misere. Feind ist das voll nah. Ich sehe sie. Oh, oh. Boah. Alle waren mein Ding. Hab ich ihn noch? Wie denn? Einer der hyper-seltenen Phasen. Oder Situationen, besser gesagt. Wo man mal einen Luckshot macht. Oder einen Walk. Wo man... ...viele von hinten sieht. Mann. Wollte ich haben. Warum bin ich denn hier... ...mitten in den feindlichen Linien, ey? Da fangen alle tot um. Wo kommen wir denn nicht hin? Lass mich doch forschen. Wo bist du denn? Wer denn? Oh, da. Ich wurde gerettet. Oh. Nein. Was mach ich denn da? Ich bin doch in ganz andere Klasse. Oh. Oh. Richtig viele Ärgerpfeile reingepopelt. Der heilt nicht in der Zeit. Das ist... Das ist richtig ärgerlich für die. Oh nein. Rütze. Rütze Feuer. Ach, die Feuerentfänge, das ist doch dämlich. Ich denke mal falsch. Doppel ist jetzt so oder was? Mann. Die sind aber mega krass verteilt hier auf der Map diesmal, ne? Überall Gegner irgendwie gefühlt. Aber ich spawne, glaube ich, mal bei denen, der ganz vorne mit rumläuft. Der Boss ist schon wieder weg. Dieser Schwert. Loki. Muss mal schnell reagieren. Weißt du, achten Sachen, Headshot? Das war ein Headshot, der den überlebt. Krass. Bär, bär, bär. Na, wo will der hin? Wo will der hin? Wo will der hin? Der wird mich schon verloren haben. Ein, Kau und Doki. Nein, entschuldige. Ah, und was zappelt denn der so? Hör auf, du zu zappeln. Noch mal, sieht der flippig aus. Das wäre, das wäre einfach zu episch gewesen, oder? Da rennt er irgendwie, krass du mich, ne? So ein Frontkämpfer bestimmt, was er, der wieder 10.000 Punkte macht. Da sind überkillt die, ne? Dann verballern. Dann seh ich nicht mehr. Ja, den, da. Ziele gehen auf einmal. Oh, oh, oh. Guter Knopf. Hupser. Hupser. Kontrollpunkt 3. Etwa zwei Drittel der Strecke sind zurückgelegt. Boah, was war das wieder? Hä? So eine Explosion, ja? Hä? Kein Trupp. Mancher muss ich das. So sinnlos wie es ist, auf einen Flieger zu ballern. Obwohl sinnlos ist ja eigentlich gar nichts, auf irgendwas zu ballern. Mann, haben die mal alle ein Glück. Du wirst hier in die Schüsse nicht gezählt werden. Einfach mal richtig schlecht. Wollen wir mal ein Estes geben können, ne? Sehr mutige Gegner. Finde ich jedenfalls. Ups, Rolle gemacht. Ah, Anakin. Aber der war nicht der Killer. So, Helden. Natürlich ist nix frei. Alles, was ich jetzt hier kriegen könnte, wäre auch scheiße. Da bin ich einfach nicht gut. Also in der Endphase bin ich hier gut. Mit einem Held. Also was heißt gut? Gut bin ich sowieso nicht. Das lassen sie so auf Anhieb fallen. Hohohohoho. Das sind saubere Punkte, die man damit macht, einfach, ne? Und der Pilot denkt, Mom, warum bin ich denn auf dem Boden? Nein. Nein! Nein! So, Real Maisie... Wollt's nicht anders. Boah, das hätt' ich als No-Scope machen müssen. Keine Witzker, ey. Geht aber rund gerade, ne? Ich will Boss. Also alles geht. Also keiner geht, nur Boss geht. Analysiere Schlaffeld. Ob der mich nicht aus dem Schirm hat. Schiff verstört. Ich sag dazu nix, weil das ist immer kacke, ne? Da wirst der Fein tausend Stücke geballert. Einfach so. In einer von hundertstel Sekunde. Das hat man da noch nie geschafft. Ich bin nicht mein erster, oder? Irgendwie, obwohl ich also wirklich guten Run hab. Ich sehe gar nix mehr. Sind wir gleich da? Oh, nenn, 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 nenn. Saubere Punkte, sag ich euch nur. Wir sonnen sie ja nun mal. Sag ich, ich sag's ja, glaub ich, immer, ne? Nehmt die zwei Tabernods-Durbo-Anzeigens-Visier, die das Schiff schützen und sprengt ihre Kontrollzentren. Was ist da denn dann Punkte macht, ne? Auf den Ding zu ballern. Der muss ja jetzt einmal halb um die Map fliegen, der arme Kerl. Sabbatieren. Wir sind da mit der Rollerklappschule, das ist gut. Da drin. Ich kann hier nicht ballern. Gefühlt bewegen sie sich alle viel schneller als gewohnt. Wenn ich hier sehe, warum, warum, sehen die anderen hier nicht? Warum kann man das nicht übertragen? Ich bleib mal ein bisschen kurz in Stellung. Ja, weil die Fliegen nicht lange da drin. Oh ja, mit den Renner fahren wir gegen den Tod jetzt. Komm. Mach endlich schon. Wache Sprengsätze am östlichen Juggernaut-Charme. Wer macht das denn? Sind's nicht. Ach, die sind einmal aktiviert und dann war's ja. Nein, den muss ja gar nicht hin. Wenn ihr hier seht, erhaltet ihr Wohlstand und Macht. Bordt. Bordt. Wir stürmen gleich. Was? Wieso nehme ich Damage? Da sind viele drin. Wir haben nächste Chance. Das war sehr zielorientiert. Das war ein sicherer Kill. Ach man, die rollt sogar zu ihm hin. Ich wundere mich noch. So, diese B2 Superkommando-Kack-Druiden, die interessieren doch kein Mensch. Also mich interessieren die wirklich nicht. Oh man, die rolle immer. Muss ein bisschen mit. Identifizierter Verbündeter ist eingetroffen. Bisschen Haushalt mit. Ach, komm dir nicht immer alle her, ey. Ne, das war ein Hübergang-Fund-Ide. Ach, fuck, Scam. Obwohl es reicht. Ich gehe voraus. Mir nach. Schon mal keiner drin, da hinten, ne? Ich fände gestorben. Aber sowas von. Das Imperator-Line läuft hier lang. Hörst du mit der Maus auf einmal los? Total wild. Habe ich da die DPI verhindert? Boah, das ist aber langsam. Bip, bip. Wir müssen es schaffen. Ich kann dich eine weitere Runde verlieren. Ich kann einfach das ganze Jogger nur ein Ding da scannen. Leck mich doch. Also die machen uns hier echt die Hölle heiß, ne? Man sieht's. Was sollen wir denen eigentlich die Hölle heiß machen? Ziel ermastet. Ist er drin? So. Wechsel, warten, steufe Klausel. Bestlicher Turbo-Panzer wird deaktiviert. Okay, wir kriegen's hin. Ist der aber hier drin? Ich bin sicher, dass die Klone das Gerät nicht ermastet. Ich bin sicher, dass die Klone das Gerät nicht ermastet. Ich bin sicher, dass die Klone das Gerät nicht ermastet. Lass mich mal schmuggeln. Wir schaffen's. Gutes Gefühl. Sprengtrupp, der Klone hat den besten Vorbefanzer geräumt. Ich bin sicher, dass die Klone hat. servers. Ich habe gerade Obi-Wan, Obi-Wan, Verschossen. Das dürfen Sie auf keinen Fall entschärfen, das ist nämlich the round to end. Aber Sperrfeuer. Ich komme von da, ich komme von da, ich komme von da, ich komme von da, ich komme von blöd. Haut den Yoda, halt den in die Fresse! Ah, explodier! Der doofe Yoda darf es nicht schaffen. Joll! Wir haben die Verteidigung des Kreuzers eliminiert. Sauere Punkte! Rückfallmaschine. Was ist denn? Ach, schon zu spät. Der feindliche Kreuzer bereitet den Start vor. Weiß ich nicht, ich habe irgendwie nur ganz doof gescannt. In dem ihr die vorderen und hinteren Feindstoffohrbe sprengt. Wir haben uns aber sehr, sehr wacker geschlagen, ne? Weiß ich ganz genau, wo ich inscannen will. Wenn ich's treffe. Erfasse, Ziel! Glaubt ihr nicht gut? Ja, ich hab' den Eldrott. Ja, der Doku glübbe, sich da rumhält. Das Steigerwicht ist. Ja, Gugana geladen! Oh, zauernverhalten! Der Kampf ist fair. Der Kampf ist fair. Der Kampf ist fair. Wir abholen mal. Helden sind sowieso nicht frei. Maximal an seinem Spiel. Okay. Es gibt Bedenken, ihr wäret vom Weg abgenommen. Die Sith kontrollieren alles. Das wissen wir nur nicht. Schiss. Der haut mit dem Modus. Manche sind überall Gegnerhelden. Der Wälder ist ausgerutscht. Boah. Viel zu viele Truppler. Aber ich habe einen Elegant platt gemacht. Das macht mich schön happy. Ich habe so ein Bosk auf was richtig schönes. Obwohl, das ist einfach zu groß. Du hast ja gesehen. Da stehen vielleicht 5 Leute um mich rum. Einmal falsch gehoppelt. Dann hast du die Arschkarte. Wird nix bringen. Die spawnen wieder alle nur. Also die warten alle nur hier drin im Menü. Ich habe bis jetzt gute Punkte gemacht muss ich sagen. Nein. Das war's. Aber er ist gestorben. Wir haben es nicht geschafft. Das wäre aber ein bisschen verarscht. Das würde mich doch ärgern. Das Spiel. Der Kreuzer der Republik ist online. Wir kommen zu spät. Aber es hat wieder nicht für ein Treppchen gereicht. Zu viele gute Spieler dabei. War aber eine lange Runde. Jetzt hätte ich nicht mit gerechnet. Und ja mal schauen. Gut abgesahnt. 28.17 Uhr. Wir sind sehr oft gestorben. Aber trotzdem. Danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank.